Willkommen zurück zu WT-Live. Ich bin Köln. Wir fahren SU 100 M1 TD aus Russland. Wir sind auf Bengelsdorf unterwegs. Ein Begegnungsgefecht. Gleich mal wenden ab nach oben. Geile Kanone. Gerecht gut gepanzert. Da werden sich einige Panzer dran, denen die 10 ausbeißen. Leicht angewinkelt darstellen. Und dann haben es diverse Panzerchen deutlich schwer. Und nach anderem auch im KV. Auch ein KV, ja. Das ist böse. So, SU 100 Y. Die nervt ein bisschen. Denn an der kann ich nicht vorbeischießen. Deswegen ist es riesengroß. Und stört. Nö. Tschüss. Nö. Kriegst du nicht. Digger Max. Keine Chance. Ein bisschen andersrum anwinkeln, damit jeder mal was lernen hat. Da ist der Nächste dran. Tut mir ja leid. Okay. Da prallt sogar ich ab. Jetzt gab es mal einen Schuss in die Kette zumindest. Aber nützt euch nichts. Repariert. Dreifahrer. Komet ohne Chance. Nächster. Ja, fahr nach vorn. Das ist eine gute Idee. Fahr direkt in den Feind. Nö. Da will ich nicht probieren. Da will ich nicht kosten. Von dem Nektar. Was hier entgegenkommt. Hallo. Ja, ja. Das ist schon unfair. Egal. Probieren wir einfach mal aus. Fahren wir mal direkt drauf zu. Suu hat da keine Chance zum entkommen. Da hat ein bisschen Schaden. Die haben sich erledigt. Sieben zu sieben steht's. Ja, ich bin auch flott unterwegs. Zwei in meinem Cap. Das ist ein bisschen wenig. Ich muss leider mich um die Artillerie kümmern. Und um diverse andere Leute hier. Drei im Cap. Okay. 1.808 Schaden haben wir schon gemacht. Oder erst. Nachdem. Jemand muss das Cap unterbinden. Ja, hilft nix. Ein bisschen Kommel auseinander. Ja, schön. Ne. 25. Ja, 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 ja. Arterie. Keine mehr am Leben. Ein schwerer Panzer müsste irgendwo rumstehen. Ein OI. Okay. Jito prallt ab. Was soll er sonst machen? 2012 Schaden ist okay. Ketten geht dabei keiner. E25 hat davon die Position geräumt. Ich werde mich mal hier in Cap stellen. Da ist der Uni. Da ist der Uni. Und da haben wir Premium Munition rein. Falls einer oder beides schaffen, da durchzukommen. Dass wenigstens einen noch mit auf die Reise nehmen kann. 1.37, den müsst ihr einfach nur ordentlich beschäftigen. Ich ziehe mich mal hier ein bisschen zurück. Wird sich gleich einer mächtig beschweren, dass Kader mitgefahren ist. Echt jetzt? Ich fahre echt raus. Den kriege ich nicht ab, oder? Den kriege ich nicht ab. Abgewehrt. Bitte, den musst du nehmen. Also raus. Und tschüss. 5 Kills. 2473 Schaden. Hätten mich vielleicht ein bisschen früher mit dem Kommel zusammen organisieren sollen. Aber. Geht halt auch so. Geht halt auch so. Es gibt es dafür einen 1er. Vielleicht. Einen M gibt es dafür nicht. Zu wenig Schaden. Ob wir mir ordentlich Schaden gemacht haben. Ammonie. Das wird nicht ganz reichen. 1er. Was haben wir? Nerven aus Stahl. Natürlich. Spartaner. Na klar. Stahlwand haben wir bekommen. Okay. Schläger und ein bisschen Zuppel. Hier ein 1. Sehr fein. 1. 1. 2. 9. Abbasis XB gibt es dafür. Reicht auf jeden Fall. Ohne Premium wäre ich da mächtig draufgegangen. 37. Nehmen wir ein. 21. Gehen für Munition drauf. Und 7. 505. Bleiben wir mit dem Netto übrig. 19 Schüsse geschossen. 15 getroffen. 12. 13 erschlagen. Okay. Schöne Runde. Falls es euch gefallen hat Leute. Habt dann wieder was zum Schauen. Ein kleines Live Video. Falls es euch gefallen hat. Wie immer fleißig drauf klicken. Like da lassen. Ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe wir sehen uns bald wieder. Ich bleib bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.